hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren part von the last of us left behind so da wurden nun uns nun da die uns ja umzingelt haben die anmoderation war fast tödlich ja 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 verdammt okay die sind da das ist sehr schön wir versuchen mal nach oben zu kommen wir sehen ob wir sie so erledigen können ich werde dich erledigen verdammt den typ habe ich gar nicht gesehen im dunkeln scheiße hab ich mich erschrocken was 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 scheiße hier einen habe ich erledigt der jetzt auch noch von der anderen Seite kommt dann bin ich im Arsch shit okay ich weiß jetzt dass oben ein typ ist ich habe sie auch gar nicht so gesehen aber jetzt ich werde fallen und oben oh verdammt ob Hey! Mist, ich hätte ihn so schön in den Kopf tragen können. Oh, dieses ewige Audio... Oh, das ist ein Infizierter. 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 Da unten müssen. Den muss ich erledigen. Jetzt oder nicht? So wie wir nach. Jetzt keine Folge! Die gehen jetzt auf. Ja, geh du zur Tür! Ach du Scheiße! Oh, das ist ein Infizierter. Das war erledigt hier. Oh, das war erledigt hier. Oh, das war erledigt hier! Nein! Und jetzt nur noch. Und jetzt die Infizierten hier. Scheint cool. Ja, drei Infizierte sind hier. Oh, shit. Okay. Da haben wir beide dann da vorne. Das ist schon an Bastianell. Hm. Wo sind die anderen denn draufgegangen? Mist. Das ist unsichtig. Das ist der normale Infizierte. Okay. So. Das ist ja nur ein Klicker hier. Was ist denn hier? So. Den noch. Wo sie sich ausschalten. Mist. Oh, Gott sei Dank. Der letzte Schuss hat gereicht. Falls mich jemand hört. Denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch für euren Freunden. Klar? Ja? Ja. Ja. Ich glaube, das haben sie kapiert. Ich glaube, das haben sie kapiert. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Du sperr die Tür! Hier lang. Ellie! Unsere Rucksack ist scheiß drauf. Oh Mist. Halla, Hilfe! Hilf mir, das Tor hochzuheben! Komm! Komm! Er ist zum Winterstellen! Halt es hoch! Mach es schon! Sie müssen runterstellen. Das sieht gut aus. Halla, dein Platz! Hey! Okay, Mann! Du musst nicht wieder wegziehen, dann kommst du nicht durch. Oh Mann. Oh, Banane. Was? Arschlächen? Oh ja. Das ist auch gut da. Oh, noch mehr. Schnell, 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 schnell. Schnell rein. Lauf, lauf, lauf. Lauf, sie kommt immer näher. Mist, mir nach. Ah, ich bin hinter dir. Alles okay, lauf weiter. Du hast ein offenes Fenster. Komm schon. Die sind kraft draußen. Ja. Lauf. 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 Oh shit. Lauf. 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 Dass час raus. Die Mistkartel. Lauf. Was ist denn los, du Mistmann? Ich glaube, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Kein Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Da vorn ist noch mehr zum Zerschlagen. Warum jetzt nur... Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Ich bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... Lass es uns aussitzen. Wir gehen es... ...romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Tja, und das war's. Das war Left Behind. Tja, nun wissen wir, wie es zu Alice Bisk gekommen ist. Ja. War recht interessant, das mal zu erleben. Nur es ärgert mich wirklich, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Dass ich das doch so in die Hauptstory mit einarbeiten konnte. Wie ich das ja schon am Anfang gesagt habe. Haters gewusst, dass das... Die Sache, wo Joel da verletzt wurde und dann... ...die ganze... ...ähm... ...ja... ...Zusammenflickerei und so... ...dazwischen lag. Ja, das hätte man... ...gut zusammenbauen können. Ja, das hätte man sehr gut zusammenbauen können. Ja. Ach ja. Naja. Was soll man machen? Das hätte nicht sein sollen. Aber trotzdem, war sehr interessant, dieses Story DLC mal zu spielen. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, wie das Story DLC zu Uncharted 4 aussehen wird. Was ja bis jetzt immer noch nicht angekündigt wurde, wann das kommt und so. Na gut. Anscheinend haben wir jetzt diese Credits hier auch überstanden. Oder auch nicht. Ja. Na ja. Wie hat euch denn das Story DLC so gefallen? Naja, wie gesagt, ich fand's sehr gut. War interessant mal zu erleben, wie das Ellie nun passiert ist. Und ihre Freundin. Ich würde es interessieren, ob Ellie ihre Freundin erlöst hat. Nachdem sie bestimmt selber nicht verwandelt hat, aber ihre Freundin schon. Vielleicht kommt da noch was, gleich nach den Credits. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Minuten warten. Ich glaube, dass die Credits immer so lange dauern müssen. Naja. Wenn ich jetzt aber so wild drauf auf die Tasten drücke und das wegdrücke, dann verpassen wir vielleicht was. Ja klar, ich könnte jetzt auch die Credits einfach stumm durchlaufen lassen und später rauslaufen. Rausschneiden. Vielleicht mache ich das auch, ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen, wenn ich es drinnen gelassen habe. Hört ihr das ja jetzt mich reden. Wenn nicht, dann kriegt ihr es sowieso nicht mit. Aber vielleicht muss ich es sowieso rausschneiden, wegen der Musik. Beim letzten Part von der Hauptstory muss ich das ja rausfiltern. Das habe ich gerade so hingekriegt. Aber wenn das jetzt so eine Zwischensequenz ist, dann filtert das meistens auch die ganze Sprachdatei von den Charakteren raus. Und dann hört man gar nichts. Weder Musik noch Leute sprechen. Das ist irgendwie blöd, wenn die GEZ da... Naja, nicht die GEMA. Die GEMA, also bei YouTube. Das ist das ganze blockiert in Deutschland oder so. Wenn es in Amerika blockiert wäre, dann wäre es ja halb so wild. Aber... Naja... Ich würde es austesten. Auf jeden Fall haben wir die Credits jetzt geschafft. Tja, und... Ja... damit hätten wir es jetzt auch geschafft mehr credits mehr gibt es nicht außer der multiplayer aber da habe ich sowieso kein interesse genauso wie an unchartered multiplayer ohne ist nicht so mein fall na gut Uni, Galerie, Grafikkonzept gut ja das war es jetzt nun erst mal wirklich mit The Last of Us wenn euch das Let's Play gefallen hat dann gebt denen einen Daumen hoch hinterlasst paar Kommentare und des weiteren bleibt nur zu sagen wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt dann klickt auf den Abonnierbutton und des weiteren kann ich noch sagen vielen dank dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Let's Play macht's gut und bis bald bis bald bis bald ey Untertitelung des ZDF, 2020